Vers 26 Na buddhibedham janayet ajanam karma sanginam joshayet sarvakarmani vidvan yukta samacharan Na nicht buddhibedham Verwirrung der Intelligenz janayet er sollte verursachen agjanam der Unwissenden karma sanginam die an fruchtbringende Arbeit haften joshayet er sollte verbinden sarva alle karmani Tätigkeiten vidvan ein Gelehrter yukta beschäftigt samacharan auszuführen Ein Weiser sollte den Geist der Unwissenden die an den frucht tragenden Ergebnissen ihrer vorgeschriebenen Pflichten haften nicht verwirren Er sollte sie nicht dazu bewegen mit ihrer Arbeit aufzuhören Vielmehr sollte er im Geist der Hingabe handeln und sie mit allen Arten von Tätigkeiten beschäftigen so, dass sie allmählich Krishna Bewusstsein entwickeln Erläuterung vedaischa sarvair aham eva vedya Das ist das Ziel aller vedischen Rituale Alle Rituale, alle Opferdarbringungen und alle anderen Inhalte der Veden einschließlich aller Anleitungen zu materiellen Tätigkeiten sollen den Menschen dazu führen Krishna, das endgültige Ziel des Lebens zu verstehen Weil die bedingten Seelen aber nichts außer Sinnenbefriedigung kennen studieren sie die Veden mit diesem Ziel vor Augen Wenn man sich aber mit fruchtbringenden Tätigkeiten und Sinnenbefriedigung gemäß den vedischen Regeln und Ritualen beschäftigt wird man allmählich auf die Stufe des Krishna Bewusstseins erhoben Deshalb sollte ein selbstverwirklichter, Krishna-bewusster Mensch andere in ihrer Beschäftigung und Überzeugung nicht stören sondern an seinem eigenen Beispiel zeigen wie man die Ergebnisse aller Arbeit in den Dienst Krishnas stellen kann Der erfahrene, Krishna-bewusste Mensch sollte so handeln, dass die Unwissenden die für die Befriedigung ihrer Sinne arbeiten lernen können, wie man handeln und sich verhalten soll Im Gegensatz zu einem solchen Unwissenden den man in seiner Beschäftigung nicht stören sollte kann jemand, der nur ein wenig Krishna-Bewusstsein entwickelt hat direkt im Dienst des Herrn beschäftigt werden ohne sich mit anderen vedischen Systemen aufhalten zu müssen Für einen solchen vom Glück begünstigten Menschen ist es nicht notwendig, den vedischen Ritualen zu folgen denn wenn man sich direkt im Krishna-Bewusstsein beschäftigt erlangt man alle Ergebnisse, die einem sonst durch die Ausführung seiner vorgeschriebenen Pflichten zuteil werden das ist die Ausführung der Tür und die Ausführung der Tür